Was geht ab Leute, ich bin's wieder ABK und mir ist wieder so ein nostalgisches Kindheitserlebnis in den Kopf gekommen Das mir bis heute noch nicht aus dem Sinn geht Und ihr kennt wahrscheinlich diesen Moment, wenn ihr bei euren Eltern aufgemuckt habt wie so hässliche Ziegenfüße Ihr wart richtig frech und dann ist jeder von uns meistens, jeder Immer ins Badezimmer gelaufen, um sich vor Schläge zu verstecken oder sonst irgendwas Das ganze sah ungefähr mal so aus Mama, ich geh heute nicht zur Schule, Mann Ja, aber warum gehst du nicht zur Schule? Aber weißt du, ich bin einfach viel zu Gangster, viel zu cool für die Schule und so, weißt du? Ich zeige dir bestimmt die Ruhle Aber weinst du nicht auf Toilette, Vollidiot? Wenn du weinst auf Toilette, da kommen böse Geister Geister? Aber gehst du zur Schule, Vollidiot